Hi, mein Name ist Thomas Foster und bei mir war zu Gast mein Freund Eddie Motia aus Los Angeles. Eddie ist wahrscheinlich einer der Studiomusiker, der die letzten 30 Jahre auf so vielen Charttracks zu hören war, wie kein anderer. Ihr müsst ihn mal googeln und seine Creditliste anschauen. Das ist unglaublich. Er hat gearbeitet für Leute wie DJ Kelly, Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Gloria Estefan, Jamiro Koi, Babyface, Patcher Boys, Shakira, Danny DeNagler und genauso stark ist er auch in den aktuellen Charts vertreten. Eddie war über das Wochenende bei mir, wird eine wirklich tolle Zeit, aber ich dachte mir, ich kann euch diesen Typen nicht vorenthalten. Und deshalb zeige ich euch hier ein Interview, das ich mit ihm für euch aufgenommen habe. Als erstes habe ich Eddie nochmal gebeten, sich selber vorzustellen. Mein Name ist Eddie Motia und ich besuche Salzburg in Österreich. Ich bin ein Keyboarder und Produzent aus Miami und Los Angeles. Ich bin ein universeller Musiker und habe viele Jahre lang Songs von Künstlern wie Queen Latifah, den Gym Class Heroes, Buster Rhymes und Linkin Park produziert und bearbeitet. Eddie arbeitet mit Logic Pro auf Apple und ich selber bin ja der Überzeugung, dass eine der Stärken von Logic die Sounds sind. Und deshalb wollte ich von ihm wissen, welche Logic Sounds er tatsächlich verwendet. Logic hat viele coole Klänge, wie Alchemy. Der Alchemy ist ein Plug-in, das irgendwie übersehen wird. Es klingt großartig. Viele dieser Bibliotheken sind wirklich großartig. Der Legend sieht Teil der Plug-ins in Logic ist auch cool. Ich benutze einige der Logic-Klinge, viele von ihnen. Ich benutze auch viel vom XS24, wie die Strings. Ich verwende die Logic-Strings, um sie mit anderen zu mixen, wie zum Beispiel den Berlin-Strings. Die sind echt erstaunlich. Wenn du sie mixt, können sie vielleicht ein Teil der Kante sein. Ich mixe sie zum Beispiel auch mit Omnisphere und erst durch das Mixen von Sounds werden diese wirklich spannend. Und damit drängt sich natürlich die nächste Frage auf. Welche VST-Plug-ins verwendet Edi Montilla in seiner täglichen Arbeit? Plug-ins, das hängt davon ab. Nexus für viele EDM-Sachen. In Miami machen wir eine Menge von Raggatone. Die haben tausende von Bibliotheken. Mein Gott, es gibt so viele Plug-ins, auch in Kontakt. Ich habe gerade über diesen V1R Acoustic Guitars gesprochen, die ich viel verwende. Bei Klavier gehe ich direkt zu Contact Alicia Keys, weil das echt ein schöner Klaviersound ist. Aber Keyscape ist auch ein tolles Plug-in. Auch Omnisphere hat all diese Klaviersounds. Ich gehe direkt zu Alicia Keys, weil es mir einfach einen schönen Piano-Signal, um zu beginnen. Aber dann ist Keyscape, das ist ein tolles Plug-in. Wenn ich zu arbeiten anfange, möchte ich mich nicht lange mit Sounds aufhalten, sondern ich möchte meine Idee loswerden. Und das ist der schnellste Weg, denn ich möchte mich nicht damit aufhalten, nach Sounds zu suchen oder nach Reverb. Ich möchte einfach die Idee, die in meinem Kopf ist, einspielen. Ich suche einfach Sounds, mit denen ich kreativ sein kann, und dann gehe ich nochmal ins Detail oder arbeite mit einem Tontechniker, der dann noch Sounds für mich findet oder bearbeitet. Dasselbe mit Streichern. Ich benutze viel Omnisphere oder Hollywood-Strings zum Beispiel. Hollywood-Strings sind eine volle Ensemble-Streicher-Sektion, die ich benutze, um meine Ideen einzuspielen. Und dann splitte ich sie wieder in einzelne Parts auf. Und dann benutze ich zum Beispiel Splice-Plugins. Splice ist schnell und du kannst ein Tempo in BPM eingeben, du kannst ein Genre eingeben und du bekommst kleine Loops, die mitlaufen, und damit halte ich meine Idee am Laufen. Denn wenn du zu lange da sitzt und nach Sounds suchst, speziell in meinem Fall, es hält mich davon ab, kreativ zu sein. Deshalb suche ich mir einen Loop bei Splice und das gibt mir etwas, mit dem ich arbeiten kann. Und das ist meine Art zu arbeiten. Contact hat viele Libraries. Überall, wo ich hingehe, gibt es unterschiedliche Libraries. Die haben mehr Hip-Hop-Sounds, Contact hat so viel. Es hängt davon ab, welche Richtung du produzierst. Hier bei Thomas habe ich eine Orchester-Library gefunden, die ich toll finde. Auf einige Plug-ins hier bin ich echt neidisch. Ich glaube, ich muss mir ein paar von deinen Plug-ins nehmen, Thomas. Viele Musikproduzenten spielen alles über das Keyboard ein. Aber ich habe auch einige kennengelernt, die alles mit der Maus machen, also in der Pianorolle. Ich wollte von Eddie wissen, wie viel und wofür er die Pianorolle nutzt. Ich nutze die Pianorolle definitiv sehr viel, um Editierungen zu machen. Und heute gibt es ja einige in der heutigen Musik, die nicht Keyboard spielen, speziell in Trap- und A&B- oder Hip-Hop-Sachen. Die machen mehr die Beats. Diese Jungs sind echt gut mit Beats. Sonic-klingende Kicks klingen richtig, die Hi-Hats klingen gut. Ich arbeite viel mit der Pianorolle und mache viele Editierungen darin. Es hängt davon ab, was ich mache. Einige Dinge quantisiere ich, indem ich sie vorher selektiere und einige andere quantisiere ich nicht. Ich öffne die Pianorolle und schaue auf bestimmte Dinge. Und ich quantisiere einiges hart in Achteln und einiges in Sechzehnteln. Denn in Logic, wenn du einige Dinge auf Sechzehnteln quantisierst, kann Logic die Noten verschieben. Und daraus sollte man aufpassen. Und wenn ich etwas mache, das ein akustisches Feeling hat, und ich mag das Gefühl einer echten Band, ich liebe es, mit meinen Fingern so Schlagzeug zu spielen, als hätte es ein echter Schlagzeuger eingespielt. Und dann gebe ich einen Bass und ein Keyboard hinzu, um den Sound einer echten Band zu kreieren. Da würde ich auf die Quantisierung schauen und möglicherweise einige Stellen des Schlagzeuges nicht hart quantisieren. Ich sehe, wie es fließt und wie es sich anfühlt. Aber ich verwende Quantisierung für eine live klingende Sequenz. Natürlich, wenn es Hip-Hop ist oder EDM, dann nutze ich harte Quantisierung, denn das ist der Sound, den dieser Stil benötigt. Aber ich liebe die Pianorolle und ich nutze sie wirklich viel. Manchmal nehme ich sie nur, um die Tonhöhe zu editieren, manchmal die Velocity oder die Länge. Dann nutze ich natürlich die Editing-Page und ich kann die Länge ändern und ich kann die Velocity-Kurve editieren. Manchmal bei einem Klavierpart höre ich einzelne Noten nicht so richtig. Und da kann ich einzelne Velocity-Parts anheben oder komplett skalieren. Auch kann ich die Länge der einzelnen Noten einfach ändern, ohne dass es eine Änderung auf der Notationsseite macht. Und natürlich kannst du auch in der Event-Liste arbeiten. Die Event-Liste ist ein bisschen verrückt. Denn die hat eine numerische Anzeige der Taktposition, die Tonhöhe, die Velocity und die Länge. Früher habe ich viele Editierungen dort gemacht, heute mache ich die mehr in der Pianorolle. Ja, und dann wollte ich von Eddie noch wissen, wie er mit Synthesizer-Sounds umgeht. Ob er eher fertige Presets sucht und mit denen arbeitet, oder ob er von Null weg, also quasi vom Init-Sound weg, neue Sounds programmiert. Der Synthesizer ist wirklich ein spannendes Thema, denn alles hängt vom Synthesizer ab. Ich arbeite mit einem anderen Produzenten, der verschiedene Synthesizer nutzt. Einige dieser Synthesizer variieren. Da ist eine Gruppe von Akkord-Synthesizer, eine von Moog-Synthesizern. Ich liebe es, mit Oszillatoren zu spielen. Ich ändere gern die Oszillatoren, die Resonanz, die Frequenz. Ich finde einen Sound, von dem ich denke, dass er mit diesem Track funktioniert. Und von da weg mache ich kleine Änderungen. Ich ändere die Frequenz, die Resonanz. Und das ändert den Sound, je nachdem, ob ich ihn ein bisschen heller oder dunkler haben möchte. Und obwohl ich noch die Generation bin, die ihre Hände wirklich an den Hardware-Geräten hatten, wenn es dann um Hardcore-Editing geht, da bin ich mehr der kreative Typ. Denn da finde ich diese Plug-Ins manchmal ein bisschen verwirrend und ich möchte nicht zu viel Zeit damit verbringen. Omnisphere zum Beispiel. Du kannst verloren gehen im Omnisphere. Du kannst verloren gehen in verschiedenen Synthesizer, die einfach viel zu viele Seiten haben. Und wenn ich nicht sofort den Parameter finde, den ich suche, dann werde ich total frustriert. Deshalb mache ich in der Praxis gar nicht so viele Sound-Editierungen. Der Nexus zum Beispiel ist schnell und einfach. Und ich bin der schnelle und einfache Typ, weil ich bin eigentlich ein Spieler. Ich liebe es zu spielen. Und hier ist meine Abschlussfrage an Eddie. Was für einen Tipp hast du an meine Abonnenten, von denen auch viele gerne an internationalen Chart-Tracks arbeiten würden? Wow, das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, das Erste, was du tun solltest, ist, du solltest deine Kompetenzen auf ein Level bringen, bei dem du weißt, dass es wirklich gut klingt. Es braucht einfach Zeit, viel Zeit. Es ist wie bei einem Uhrenmacher. Alles braucht Zeit. Zeit bringt Erfahrung. Und Erfahrung bringt die Qualität deiner Musik nach oben. Egal, ob du ein Tontechniker oder ein Beat-Programmierer bist, du willst die Qualität deines Sounds ganz nach oben bringen. Denn je besser es klingt, desto mehr kannst du dich selber repräsentieren und auf den nächsten Level kommen. Etwas in die Charts zu bekommen, das ist nicht so einfach. Ich spiele, seitdem ich sieben bin. Ich habe immer nach dem Ohr gearbeitet. Ich habe niemals auf einer Musikschule studiert. Das war eine ganz natürliche Begabung. Mein Weg ebnete sich, andere Leute nahmen Kenntnis von mir und dadurch war ich in der Lage, an verschiedene Plätze zu kommen und nach oben zu kommen. Welche Gelegenheit sich immer dir bietet, du musst das Beste daraus machen, das Beste, was du tun kannst. Spiele niemals deine Musik vor, wenn sie nicht eindeutig fertig ist. Ich würde deine Musik anderen Leuten vorspielen und versuchen, Kritik zu bekommen. Wirklich gute Kritik ist dein allerbester Freund. Wenn du deine Musik anderen Leuten vorspielst und die sagen, hey, dein Schlagzeug klingt nicht so cool oder das Klavier klingt nicht so gut, dann finde heraus, warum und arbeite genau daran. Arbeite an der konstruktiven Kritik und bringe deine Musik auf einen anderen Level. Heutzutage kann man sehr leicht seine Musik da ins Internet rausbringen. Das sind ganz viele Plattformen. Du bist derjenige, der dafür sorgen muss, dass die Qualität so gut wie möglich ist. Und es liegt an dir, die Qualität der Musik so gut zu machen, dass die Leute es registrieren. Und das ist wahrscheinlich der beste Ratschlag, den ich dir geben kann. Jeder hat heute eine Chance, mit seiner Musik erfolgreich zu sein. Eddie Montilla arbeitet gerade an einem spannenden Projekt. Und zwar nimmt der Piano- und Rhodes-Phrasen für die Webpage Mugent.com auf. Falls ihr Mugent.com noch nicht kennt, solltet ihr euch diese Webpage unbedingt mal anschauen. Ich selber bin in die Entwicklung involviert. Ihr findet da Beats, Samples und Audio-Files. Ihr könnt danach mit einer Suchmaschine suchen. Die Teile sind nach Tempo, Tonlage, Genre und Instrumente sortiert. Und im Moment sind fast alle Samples gratis. Das bedeutet, ihr müsst euch nicht einloggen, ihr braucht keine Kreditkarte, ihr könnt alles mit einem Klick downloaden. Die Audios klingen wirklich großartig und es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Mugent.com, schaut es euch an. An dieser Stelle sage ich, danke fürs Zuschauen, immer kreativ bleiben. Cheers!